Es ist spät am Morgen und der Schlumpf schläft noch und der Käsewurm und der Spongebob. Heute ist doch das Aue-Spiel. Isa, weckst du mal die Dreier? Ruf mal aufstehen. Aufstehen. Aufstehen, Käsewurm. Hat mich jemand geweckt? Na, 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 na. Ach, ich wollte heute mal ausschlafen, weil heute ist doch das Dresden-Spiel gegen Aue, wo Aue 6 zu 0 gewinnt. Schlumpf, Schlumpf, wir dürfen es nicht verschlafen. Steh auf. Ja, ich komm ja gleich. Oh, Spongebob, du auch, Spongebob. Haha, ja, ich, ich steh da, ich steh da gleich auf. Ich, ich bin da bloß, ha, ach, so müde noch von gestern. Ha, das war ein langer Abend. Ja, ja, wir stehen jetzt auf und trinken Kaffee, ne? Ja, wir trinken jetzt einen Kaffee. So, und, und. Und ich, ich mach mir ein schönes Käsesandwich. Dann, dann reiten wir auf unserem Tiger-Tabs, auf unserem Tiger-Tabs im Stadion. Da ist er ja, der Tiger. So, Tiger, nimmst du uns mit? Ja. Ja, ich muss ja aufpassen auf euch. Heute ist ja ein Sicherheitsspiel, dass ihr euch auch reinlassen, die Polizei. Lisa? Ja? Und du, was machst du? Guckst du dir das Spiel im Fernsehen an? Ja. Das ist nämlich ausverkauft. Wir haben die letzten Karten gekriegt. Die aller, allerletzten haben wir gekriegt. Du guckst mit dem Papa das Spiel im Fernsehen an, ne, Luisa? Ja. Okay. Drückst uns die Daumen. Wir werden, wir werden ganz laut schreien im Stadion. Das machen wir. So, und jetzt raus aus den Federn mit euch. Raus aus den Federn. Raus aus den Federn mit euch. So. Ich gebe 5 zu 0 für Aue. 5 zu 0 für Aue? Ho, ho, ho. Mal sehen, ob das klappt. Mal sehen, ob das klappt, Leute. So, bis dann. Tschüss. Na, 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 na. Tiger, wir können losreiten. Wir können losreiten. Nu, reiht doch endlich los, Tiger. Ach, nicht so schnell. Alter, Tiger ist kein D-Zug. Ich mach ja schon. Lalalalalalalalalala. Ach, nicht so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020